So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Sergeant Bobby am Start. Ja, Freunde, Freunde des guten Geschmacks. Lego Star Wars DKS, die komplette Saga, Video Nummer 28, Episode 5. Ich hab hier einen kleinen Fehler drin. Das Imperium schlägt zurück. Kapitel 2, Flucht von der Echo Basis. Ja, meine Freunde, da machen wir natürlich weiter. Ja, und gleich mal vorweg, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seit Ende Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau. Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost in einem Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv slash xstgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me slash xstgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen, meine Damen und Herren. Ja, und damit würde ich sagen, mit diesen Worten gehen wir rein und fliehen von der Echo Basis. Wir hauen ab, wie wir auch schon vom Todesstern abgehauen sind. So, Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Aua. Jo. Kapitel 2. Flucht von der Echo Basis. Imperiale Truppen haben mit dem gnadenlosen Ansturm auf die Rebellenbasis auf Hut begonnen. Die Rebellen halten sich tapfer, doch der Feind ist überwältigend stark. Im Kommandozentrum der Echo Basis, tief im Innern des Eises auf diesem gefrorenen Planeten, überwachen Han Solo und Prinzessin Leia die Evakuierung des Rebellenpersonals. Doch als die Stummtruppen die äußere Verteidigung durchbrechen, müssen sie selbst schnell einen Fluchtweg suchen. Aha, gut. Ist klar. Jawohl. Ja, jetzt kriegt sie rote Bäckle. He he he, süß. So. Gut. Sammeln. Ganz, ganz wichtig. Sammeln. Erst sammeln. Okay, da geht nichts kaputt, da geht auch nichts kaputt, da auch nicht, da auch nicht, da hinten 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 was im Eck, nein, ja, warum gucke ich hinter das Eck? Könnte sein, dass ich da einen Stein versteckt, oder ein Minik gibt, genau, Herr mit dem Zeug, so, wunderbar, bau das auf. Und gib mir die Münzen. Vielen Dank. Ja, deswegen bin ich nicht mehr gelaufen, du dumme Nuss. Heißt das auch demnächst, Gamerscore incoming? Was wir da an Laserstrahlen ausweichen? Oh, danke schön. So. Vielen Dank. So. Okay. Haha, nicht mit mir, du Lappen, Alder. Dumme Sturmtruppler. Ich mochte Splott, okay, da gibt's nix. Ah, die Tische geben was, das ist gut. Das ist gut, um wahrer Jedi zu werden. Also wenn wir das auf Anhieb schaffen, die Levels alle auf Anhieb, auf wahre Jedi, dann ist es das erste Lego-Spiel, wo ich alle Level nur im Story-Modus auf wahre Jedi geschafft hab. Und, kommt was? Ah, jetzt. Das ist klar. So schnell geht es, so schnell. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir halt nix von der doppelten Punktezone da oben. Ah, aber da ist ein Minikit, das werden wir uns einverleiben, das haben wir auch noch kaputt. Ah, wir müssen erst mal sammeln. So, das war's, da mit der doppelten Punktezone. Gut. Es gibt einen guten Grund, warum ich rausgehe und hier hinlaufe, weil es da gleich einen Bums gibt. Äh, ja, ich bin noch da vorne hingelaufen. Ich muss den Weg noch mal laufen, oder wie? Ach, dahinter lässt es jetzt keine Stats wie in Lego Star Wars 2, okay. Sehr schön. So, sonst noch was zum kaputtmachen hier drin. Ja, da, hier und da. Hauptsache, wir kriegen die Stats. So, ach so, den können wir noch nicht nehmen. Wir müssen ja erst mal das Tor hier wegballern. Ja, und das wollen wir ja auch. 3BO. 3BO brauche ich. Hier werden. Und. so. So. Wir wissen ja hier am Anfang, es sollte hier gleich ein Minikit sein. Genau. Wo wir aber noch nicht hinkommen werden. Gut, dass wir stehen geblieben sind. Ah, schon kommen sie. Ja, hat mich getroffen, der Hunde. Schweinebriester. So. Dann können wir uns hier ans Einsammeln erstmal machen, bevor wir irgendwas weiteres tun. So. Genau. Ein paar Herzchen dann mal schön hier wieder. Aha. Okay, so ein Powerabstand ist auch gut. Wunderbar. Wunderbar. So. So. Ah, da brauche ich R2. Dann haben wir aber nicht, der ist nämlich bei Luke. Okay, die da oben kriegt man nicht kaputt. Und. Gut. Genau. Mit dir. So. Jetzt machen wir mal kurz den hier auf. Oh, wir bringen einen in blauen. genau deswegen ok das wars schön unser zweites minikit das andere was oben ist da kommen wir nicht ran das haben wir dann erst wieder im freien spiel und schon sind wir wahrer jedi ist das nicht geil ein arme 3 büro mit absicht deswegen gehe ich da lieber auf die seite genau das ist der abfahrt hier wieder diesmal sammeln wir ein hier wird noch zwei knöpfe hoffentlich immer die jetzt auf anhieb jawohl warum nicht immer so schön auf anhieb beide alle knöpfe warum stehst du mir auch im weg jetzt mache ich gefunden es kaputt arschloch so wir wollen ja ja alles so ja da können wir doch auch gleich rein in den raum aber wie gesagt wir sammeln hier ein erst mal gut sehr schön und dann gehen wir hier rein da doppelte punkte zone ist immer gut so da kommen wir halt jetzt nicht rein aber nicht schlimm ok hauptsache wir haben den raum leer gemacht so wird na ok die gehen nicht kaputt dauerlich hochkommen sowieso nicht oh wir sind schon am ende des levels gut haben wir dem helts gut schön der bringt mir ist nichts mehr so da bringt man nicht mehr viel der power stein die viel früher gebraucht aber egal macht nichts super lauter stats für mich und fast genau getroffen sehr schön laufen dass die handgatür da steht auch noch was um zu schießen ja geht doch und dauert es da so lang auch noch mal welche pasta dies wird ja jetzt brauchen wir ja noch mal hier eine kanone so es gibt noch ein paar stats dazu jetzt kommen sie so unser geschütz schnell aufbauen da wird ja auch zeitregen hauptsächlich die münzen die sind gut okay schön wunderbar wunderbar okay da gibt nichts mehr kaputt macht gibt es noch ein paar münzen sehr schön daher dann hat man jetzt noch gar nicht aufgebaut genau das arme 3 okay hauen wir ab hauen wir ab bevor sie noch bevor noch mehr kommen jetzt so wieder ein level abgeschlossen freies spiel freiges spiel freiges schaltet und kriegen han solo hut wir kriegen prinzessin leia hut und das war's so ware jedi das ist nice bis jetzt jedes level direkt auf anhieb ware jedi so ja wir brauchen noch ein paar münzen bis wir uns denn mal zwei gönnen können so wir kriegen paar mini kids zwei stück an der zahl die man gesammelt haben bringt zwei goldene steine so 63 von 160 nice wir haben schon 701.000 schön ab in die kantina ja freunde sind wir da schon wieder durch durch das level ja langsam aber sicher machen wir fortschritte im ganzen spiel so auch da wäre was zum aufbauen was gibt es hier sonst noch so in dem raum müssen wir ja mal gucken hier es wird ein boba fett rum es rennt ein klon rum es rennt luminara rum ne es cengo fett ok dann wäre das ja das nächste falkenflug jetzt sind wir ja wieder in der vorproduktion haaa schön und gleich werde ich wieder lernen so das war das genau flug von der echo basis und dann kommen wir zum anderen ja meine freunde wenn euch wieder gefallen hat auf jeden fall daumen nach oben da lassen würde mich sehr freuen und wenn ihr mich mit dem kostenlosen abo unterstützen wollt dann einfach den abo knopf betätigen schon seitdem der power army da noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und bis bei euch klingen wisst ihr ganz genau das hat schon bei uns am start sachen bauern video geladen sachen power ist los in einem game und wenn ihr mal im live stream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv oder den link in der video beschreibung nutzen und wenn jemand ein trinkgeld da lassen möchte dann auf www.paypal.me oder auch da den link in der video beschreibung nutzen ja meine freunde jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer ihr kennt das ja schon lasst euch nicht ärgern nicht von dem mann zu meisten wenn ihr schlafen geht lasst die hände über der bettecke spielt nicht an euch selbst rum lasst eurem partner machen alles andere ist ökelhaft ja meine freunde ich bin dann raus wir sehen uns im nächsten video im nächsten live stream wieder machts gut bis dann unten ciao ciao